und herzlich willkommen auf meinem kanal ja jetzt seht ihr jetzt mal nix weil ja ich bin im krankenhaus und das solltet ihr jetzt nicht so gut sehen sollen und ja wenn man mich gut verstehen kann ist das gut wenn nicht dann ist auch egal dann müsst ihr es halt mal reinschreiben in den kommentaren und ja was ich jetzt ich zeig mich gleich noch mal dann wollte ich noch mal was fragen wollt ihr auf meinem kanal auch noch vlog, also dass ich einen vlog mache oder oder ob ich nur so spiele also nicht so nicht so jeden also ich mein jetzt ich bring eigentlich jeden tag ein video leider naja sollte jetzt mal so ein kleines infovideo sein und ja und dieses livestream auf der ps4 das war irgendwie mit der internetverbindung irgendwie total komisch ich hab ja mal einen livestream mal geguckt bei einem youtuber den ich auch mal abonniert hab und da der hat auch genau die probleme die ich auch hatte also wenn denn wenn ihr noch livefilm auf der ps4 sehen wollt dann müsst ihr einfach reinschreiben am hashtag livefilm ps4 ja und dann tue ich mich zur sicht und jetzt verstrich hell ich hab meine handyhülle ich mache es gerade mit mit handy auf und mein knie das ist jetzt nicht so richtig aber ne ja und dann und da also wenn ihr so eine vlog sehen wollt dann müsst ihr einfach reinschreiben hastag vlog und ja vielleicht kommt nachher noch mehr livefilm bei mir vielleicht muss ich überlegen und auf instagram vielleicht auch und dann nur nicht vergessen abonnieren und wenn ihr noch nichts noch nicht gemacht habt wenn ihr neu seid ja dann bis denn und haut rein lasst ein like da ne bis dann tschau tschau Shhh